So, kurze Frage, nur in eigener Sache, da ich beschlossen habe, einige Videos wieder runterzunehmen. Vielleicht kann mir irgendjemand sagen, aber ich vermute, da wird wahrscheinlich auch wieder nichts kommen, weil wenn noch nicht mal jemand abstimmen will, dann wird mir auch keiner irgendwelche Tipps geben. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob mir jemand sagen kann, kann ich meine Videos irgendwie runternehmen, ohne sie zu löschen, weil ich sie nämlich aufgezeichnet habe, direkt über den Browser. Und wenn ich sie jetzt entferne, also der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich mache, dann muss ich die Dinge löschen. Ich hätte sie aber ganz gerne für mich, weil da einige Sachen dabei sind, die ich für mich noch ganz gut verwerten kann, für andere Dinge. Deswegen würde es mich interessieren, und ich weiß auch, dass YouTube zuguckt, kann man diese Dinge wieder runterladen, ohne dass das Video dabei gelöscht wird. Das heißt also, die hier vom Browser aufgezeichneten Videos, welche ich nicht irgendwo nochmal gesondert als Sicherheitskopie liegen habe, kann ich die runternehmen, aber runterladen, dass ich sie habe, und dass sie gleichzeitig vom öffentlichen Kanal verschwinden. Wäre wirklich nett, wenn da wenigstens dazu mir mal jemand eine Antwort schicken würde. Dankeschön und Tschüss. Dankeschön.